Hallo, ich möchte mich auf diesem Wege beeilen für mein unpassendes Verhalten gestern im Lokal. Entschuldigen. Ich bedauere, dass ich vier Bier und zwei Gulaschuppen über verschiedene Personen verschütte, die Tischdekorationen in Brand gesetzt habe. Und mein besonderes Mitgefühl gilt den Herrn am Nebentisch, der mit sechs Stichen genäht werden musste. Ich wollte mit dem Glas doch nur anstoßen. Ehrlich.